Ah, wie bin ich auf den Server gekommen, Freund? Ich hab keine Freunde. Oh, was ist denn hier los? So viele Menschen. Schnell weg hier, bevor die herausfinden, uh, wer ich sein könnte. Mal gucken, was heute so abgeht. Auf dieser wunderschönen Insel von Los Santos. Das ist der erste Server, der mir kein billiges Schrottmofa gibt für den Anfang, sondern direkt ein geiles, schnelles Motorradjunge. Oha, das muss man loben. Das muss man erstmal loben. Das ist schon mal gut. Das sollten mehrere Server machen. Nicht, wir geben dir einen Mofa, was 20 kmh fährt, sondern, Junge, hier, hier ist ein Motorrad, fahr einfach. Viel Spaß auf dem Server. Viel einfacher. So kommt man auch direkt in 20 Sekunden in die Stadt und nicht erst nach 20 Minuten. Junge, Junge, Junge. So, dann gucken wir direkt mal, was hier abgeht. Oh, da vorne ist Action. Ich stelle mich einfach mal dazu und höre nur zu. Ey, nicht, hallo nicht, das ist verboten. Ey, mein Durack. Mein Durack. Tschüss. Hab ich den Platten gemacht? Das ist eigentlich meine Intention. Komm, steig ein. Komm. Warte, was machen wir? Komm drauf jetzt. Komm. Ich weiß, das ist... Komm jetzt. Das ist zu, du vollidiot. Cisco, das ist zu, du und... Fimmelz? Wohin geht's? Den Typ sch... Warte, der kommt jetzt. Der fährt uns nach. Schwarzen Autofahrrad da. Schwarzes Auto. Warte, der da. Schießt dann um. Komm. War ein Headshot. Nix passiert. Siehst du selber. Dauert hier ein bisschen mehr, ne? Mein Kollege. Dauert hier ein bisschen länger, ne? Ah ja. Willst du eine Langewaffe, dann kannst du das selber machen. Ja. Fahr mal zu einer Garage. War die AK im Kofferraum dieses Fahrrades? Natürlich. Das klappt auch sehr, ne? Das ist dir bewusst. Ja, dann erklär mal hier. Was gibt's hier so zu machen? Was gibt's denn hier so zu sehen? Du bist doch schon länger hier als ich, oder? Hier gibt's gar nichts zu sehen. Sage ich dir ehrlich. Tote Hose. Ich bin einfach nur da, um Fitness zu machen bei Leuten. Oh. Komm, den knallen wir ab. Den knallen wir weg, ja? Ja, komm. Alter, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Kollege, Aussteigung, das knallt. Wird der... Mit gerichteter Waffe durch die Windschutzscheibe. Der gibt einfach Gas und fährt weg. Hättest du auch schießen können, Cisco. Wozu hab ich denn eine AK gegeben? Ja, hä? Ich dachte jetzt nicht, dass er sein Leben so sehr nicht schützt und einfach wegballert. Was genau erwartest du, wenn ich fragen darf? Ja, dass er aussteigt und um sein Leben bettelt und sagt, oh nein, oh nein, bitte nicht. Öh, mein Leben. Ich glaub, der ist schneller. Der ist aber schneller als wir. Haben wir nicht einen Platten hin? Ah, ich hab den schon einen Platten. Bitte lass mich. Bitte lass mich. Steig aus. Ey, 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 ey. Cisco, Fanboy located. Guck hinter uns. Hat der nicht schon zwei Platten, hä? Der ist auch viel schneller als wir. Ey, Criminate ist ab... Schieß, der schießt auch. Schieß doch. Was? Ach so, der ist vor uns. Ja, sag doch, Digga. Schau doch auf hinter uns. Weißer, mach den Weg, komm. Nein. Hallo, du kannst nicht mehr fahren. Hallo. Ich kann fahren. Ja, jetzt war's. Ja, jetzt war's. Das war's. Das war's schon. Das war's schon. Das war's mit uns, weil du gegen die Wampferierst. Hä? Sein Auto brennt. Ich glaub, der ist gleich tot. Ja, ich auch gleich. Was, Mad Kids? Zieh doch. Komm, wir holen den uns. Der Typ, der... Sein Auto ist am brennen. Sein Auto ist am brennen, yo. Wo ist der bitte hinten? Der ist abgehauen. Der ist einfach abgehauen. Der ist weggerannt. Was ein Versager. Der kann ja gar nicht weit sein. Komm. Hast du gesehen, wie der aussieht? Ja, ich glaub schon. Anzug. Meine G-Klasse geht noch. Ja, lass mal. Meine G-Klasse. Ja, okay, okay. G-Klasse. Warte, warte, die ist hier vorne. Wir leihen uns die G-Klasse kurz aus, ja? Schon wieder RP auf höchstem Niveau hier. RP auf allerhöchstem Niveau. Aber wir haben Platten. Ja, ich höre Steps hinter mir. Ich glaub, der ist hinter uns irgendwo noch. Da läuft der doch, da. Soll ich von hinten kommen? Ja. Ich glaub, der rennt weiter außen rum oder bin ich doof? Wahrscheinlich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Warte mal, hier, hier. Ey, halt die Schnauze. Wir sind hier mitten im RP. Verpiss dich. Ey, Cisco, hör auf mit dem Scheiß. Was? Was? Hör auf mit dem Scheiß. Verpiss dich. Wir haben die Person gecallt. Hallo. Alles legitim. Ich hab ihn. Kleine Drecksau. Das hast du davon. Wer hat denn direkt den Versager im grünen Anzug gerufen? War der das? Guck mal, der war das wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, weil der die Stimme gehört hat. Weih, weih, weih. Direkt Engel gerufen, der Typ. Weih, weih, weih. Ich muss reparieren. Kannst du reparieren? Ja, geh mal weg da. Das ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich jemanden legitim entführt habe. Was macht man denn mit den Leuten, wenn man die entführt, um die zu demütigen? Vielleicht einen Ladenrauer. Ah, nee. Bellen lassen. Ja, was macht man denn sonst mit denen? Wir können Medic holen und den hochholen. Ich demütige nie, weil ich schon Angst habe, dass ich danach noch weggewandt werde, weil die Edmonds ins Auge machen. Ja, warum denn? Wir brechen auch keine Regel. Ich glaube, hier ist nicht mal ein Medic. Oh Gott, hier ist nicht mal ein Medic, Junge. Ah, super. Dann legen wir den einfach dazu, ja? Cisco! Fahr, 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 fahr! So, Fanboy-Moment aktiviert, Dax. Steig ein, steig ein, schnell, steig ein. Nein, nicht du. Und jetzt Rainer gewandt. Rainer war doch einer von uns? Das war einer von uns. Hat eine Nullnummer, ey. Da ist jetzt ein Medic, der die hochholst. Stopp, warte, warte, warte. Jetzt holen wir unseren, Moment, Moment. Mediziner, Mediziner, warten Sie, warten Sie. Mediziner, Mediziner, das ist ein absoluter Notfall. Notfall, der hier, der hier, der hier. Wer? Der hier, der hier, der hier. Okay, okay, mach ich mal. Rollen Sie den mal hoch, ja? Nein, ich stehe nicht. War auf jeden Fall ein RP-Server mit sehr, sehr, sehr krass hohen Ansprüchen. Also da lief alles sehr RP-konform ab. Kannst nix machen, ne? Ist halt leider einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Naja, ich hab meine Churros, meine Schoko-Soße. Und ich bin glücklich. Das ist alles, was zählt. Ich fass es nicht. Hope V2, wo drin steht keine Allowlist und es gibt einfach eine Einreise. Ah, nein. Ist da jemand hinten? Ich guck mal, ja? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, bitte. Äh, die Frau sitzt in der Luft. Nein, die sitzt auf dem Sofa. Ja, wir sind jetzt aber gerade im Gespräch, deswegen würden Sie bitte rausgehen. Äh, ja, natürlich. Okay, also das war schon mal richtig. Ähm. Will ich wirklich auf so einem Schmutz-Server spielen? Möchte ich das wirklich tun? Oh, warum würde ich mich nicht an die Situation erinnern können? Du beschließt dich also, dass du ihn, äh... Wieso ist der jetzt nämlich... Einfach nicht beachten. Es ist ja eh gleich Wende, deswegen, ich mach jetzt, äh, gar nichts mehr, deswegen wir machen das nach der Wende alles. Ne, lass doch jetzt schnell machen. Ne, das, äh, muss... Ich kann sie nicht in drei Minuten einreißen. Natürlich, klar. Ne, mach ich nicht. Dann müssen erst noch ein paar Fragen beantwortet werden. Oh, was für Fragen denn? Ja, ich hoffe doch, Sie haben, äh, die Zeitung gelesen, bevor Sie hergekommen sind. Zeitung, klar. Gut, dann können wir das gleich, äh, nach der Wende, können wir das machen, ja. Ja, Sie müssen ja nicht so hochnäsig sein, direkt mit mir reden. Ich bin nicht hochnäsig. Sie können auch ein bisschen netter mit mir reden. Sie haben nur das Gleiche, äh... Sie müssen nicht so frech sein. Okay. Dann, äh, wachen Sie hier... Hören Sie auf zu schreien, Fräulein. Ich, äh, sag Ihnen schon mal gleich, wenn wir... Mit mir redest du so nicht. So nicht. Das kannst du zu Hause machen oder in der Schule mit deinen Freunden. Aber nicht hier. Ja, wie ist denn Ihr Name? Warum? Wir lernen uns doch kennen. Esmeralda ist mein Name. Wie bitte? Esmeralda ist mein Name. Esme was? Es ist so abgehakt. Es-me... Esmeralda. Ich wollte eh nicht spielen, der Server ist eh kacke. Zahlt doch keine 500 Euro für eine Fraktion. Hm, alles klar. Gut. Musti. Oh, oh. Ja. Oh, oh, sie hat Papa gerufen. Ne, Server ist scheiße, ich gehe. Tschüss. Belästigt mich. Musti. Musti. Der belästigt mich. Äh. Musti. Sie sind immer gleich. Sie sind immer gleich. Alle. Zwölf Sekunden später. Disco. Hey. Ja, ja, Bruder. Ich überweise dir 10 Euro, wenn du jetzt zu dem Beamten dahin gehst und sagst, er soll... Äh, Daho, hallo? Können Sie einen dicken, fetten... ...flutschen? Auf so einem dreckigen Dreck-Server wollen wir keine Zeit verschwenden, meine Freunde. Deswegen ziehen wir mal ganz, ganz, ganz schnell weiter. Äh, und davon. Die mit den weißen Haaren war trotzdem hässlich. Tüdelik, tü, 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 tü. Arbeitslos, Hartz IV. Ich fühle mich wie ein richtiger RP-Spieler. Oh, da ist Trigger-Potenzial. Ah, hallo. Ah, hallo. So. Schönen guten Tag. So, aha. Schuhwerk, hast du Augenbrauen? Warte, ich muss mal ganz kurz unter dein Pony herlinsen. Ich, äh, ne, ich hab die mir abrasiert. Augenbrauen brauchen wir definitiv, aber bevor du mir jetzt gleich darüber trennst, müsste ich einmal mit dem Haarmuskel einmal gucken, ob wir Löcher in deiner Jacke haben. Super. Das einzige Mankel, was ich halt habe, sind die Augenbrauen. Wir brauchen nämlich alle Augenbrauen. Äh, ja, ich hätte tatsächlich eine Frage, dann würde ich sofort drüber gehen und mir die Augenbrauen machen. Was haben Sie denn für eine Frage? Wie viel wiegen Sie? Wieso fragen Sie das? Ich gehe mir mal Augenbrauen holen. Oh. Das ist eine Süße. Das ist eine Süße. Oha. Ich bin ehrlich, Junge. Ich fühle mich jetzt voll scheiße. Ich wollte die triggern, aber die ist nicht zu triggern. Die ist nicht so abgehoben. Die ist voll süß. Auch wenn sie wahrscheinlich schon so 30 plus ist. Keine Ahnung, aber... Das ist eine nette Dame. Ich würde mich gerne hier umziehen, aber... Hörst du mich? Sag mir lieber, wo ich hier Augenbrauen wechseln kann. Wenn du mir einen belegst, kann ich sie sagen. Ah, halt die... Sei leise, du Deutscher. Töd dich. Warum denn Deutscher? Geh mal eins rüber, du weiße Butterwurst. Das ist da drüben. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Die war doch gerade noch hier, die Frau. Die ist einfach abgehauen. Hallo. Jetzt habe ich Augenbrauen, sehen Sie? Ja, kommen Sie mal mit. Ich will ja niemandem zu nahe treten oder so, aber der Typ da hinten hat mich eben im Laden Deutscher Nacken genannt. Und eine weiße Butterwurst. Okay. Ähm, warte mal. Mhm. Okay. Dann werde ich gleich jemanden beauftragen, der den jetzt gleich mal ein bisschen unter die Augen behält. Ja, wäre auf jeden Fall besser. Ja. Äh, das werde ich aber auch gleich meinen, äh, Kollegen halt sagen, wenn der hier herkommt. Dann muss ich einmal ganz kurz mit ihm unter vier Augen reden, weil, äh, ihr dürft es halt nicht wissen. Ja, ja, klar, klar. Ah, da kommt der Kollege. Ich schnappe ihn mir mal schnell. Kollege! Warten Sie! Halt, 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 halt. Was ist los? Was ist los? Du hast ja den einen Herrn reingelassen, ne? Ja, warum? Was ist los? Ähm, der Herr hat, äh, hier den Herrn, der gerade hinter dir steht, nämlich beleidigt. Das wusste ich nicht. Sag, äh, nochmal die Worte, du kriegst dafür keinen Ärger. Kam mal zu mir hin und hat gesagt, ich soll's Maul halten, ich dreckiger Deutscher Nacken und hat mich angeschuckt. Ja, deswegen, äh, hast du dir was gemerkt? Ja, na klar, ich hab alles aufgeben. Also, die IT ist 92. Einmal überhören. Ja, ja. Einfach mal in dem Teamchat schreiben, bitte die 92 in dem Auge behalten. Weil wenn der nämlich so anfängt, dann kann das nämlich auch, äh, ein gewisses Etwas werden, was ein smaller ist. Und sowas wollen wir ja nicht. Mann, nur so alles kaputt. Irgendwie ist es süß, ne? Irgendwie aber auch total lustig. Dann komm du mal mit. Äh, ging jetzt gerade ein bisschen drunter und drüber. Ja, ja, logisch, logisch. Äh, gerade der Herr, äh, unser Kollege ist noch ein bisschen frisch in diesem Job. Ich bin da schon etwas länger drin, ne? Und ich, äh, soll halt, äh, ja, wie ich so schön sage, einmal die Mama spielen, um hier ein bisschen das Auge draufzuhalten. Ah, ja, ja, okay. So, ich hoffe, dein Flug, der war nicht zu stressig gewesen. Nö, nö. Und unsere Broschüre hast du gelesen und verstanden? Ja. Okay, dann brauche ich einmal den Personalausweis von dir. Ich muss dann nämlich was aufschreiben. Gib mir eine Sekunde Zeit. Ich schreibe mir das immer auf einen kleinen Notizblock. Notizblock in Europa. Ja. In unserer Broschüre hast du was mit, äh, videoüberwachte Bereiche gelesen, bestimmt. Der Bereich hier. Hospital. Ja, das ist auch korrekt. Juni, die ist irgendwie voll süß, hä? Was ist das für ein Schnucki? Äh, und, ähm, Meeting Point. Genau, der ist auch korrekt. Das ist ein Troller hier. Und der steckt dir zum Beispiel jetzt, äh, ein Schrotgewehr oder weiße Geier was zu. Machen die das? Hier wird sehr stark darauf geachtet, dass kein Troller reinkommt. Wer ein Hexer ist, der wird gleich dann gekascht. So, dann gehen wir mal weiter zu einer anderen Frage. Wenn du bei einem Raub vom PD erwischt wirst und verhaftet wirst, was ist für ein, für diesen Raub die maximale Haftstrafe und maximale Geldstrafe? Da muss ich kurz überlegen. Liegt mir auf der Zunge. Ich hab das extra durchgelesen. Ich, war, wird irgendwie verinnerlicht, wissen Sie? Äh, waren das 25 oder 20, ne? Nein. Hafteinheiten maximale? Es wären 120 Hafteinheiten gewesen und 150.000. Bei einem normalen Raub? Ja. Wo soll denn das stehen? Ja, wir testen unsere Leute halt immer aus. Bei einem Raub maximal 20 Hafteinheiten. Ja, und wir haben halt die Fragen, die wir immer stellen müssen. Ja, aber 20 steht doch hier. Und, äh, in unserer Frage-Antwort stehen 120 und 150.000 Dollar. Also, ich kann es Ihnen wirklich ganz genau sagen. Raub, maximales Bußgeld 20 und Haftstrafen 20. Also, das steht so in Ihrem, in der Zeitung. Ja, aber wir haben, wir haben die Frage so und ihr müsst uns beantworten. Aber in der Zeitung steht doch 20. Wie kommen Sie denn da auf 100, äh, auf 120? Ja, weil, das ist einer unserer Fragen, die wir immer haben. Da habe ich mich wohl echt vertan. Tut mir leid. Ich war mir sicher, da stand 20. Oh nein. Ich habe ihm nochmal darauf hingewiesen. Er kann gerne das Regelwerk vorne nochmal lesen. Und er wollte mich gerade belehren. Ja, hallo. Ja, hi. Sie wollen das Regelwerk nicht lesen? Ja doch, aber da steht 20 Hafteinheiten. Und sie sagt 120. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich war, oh, ich bin jetzt das allererste Mal ein, äh, Guide. Können Sie mich das machen lassen, bitte? Ja? Ja. Oh nein, er weiß, wer ich bin. Oh nein. Oh nein. Er weiß direkt, wer ich bin. Du weißt gar nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Ich lass dich rein, ja? Ich habe mich jetzt über eine halbe Stunde mit ihr unterhalten, ne? For real. Wirklich. Ja, es tut mir leid. Ich habe deinen Namen erst später gesehen, ja? Scheiße. Die ist voll nett. Wer hat die eingestellt, jo? Das ist wahrscheinlich die Frau vom PL, oder? Nein, nein, nein. Die ist komplett, die hat nichts mit mir zu tun. Ey, die ist so unschuldig. Die ist so unschuldig und so süß. Ich habe am Anfang versucht, die zu triggern. Meinst du, der wäre darauf angesprungen? Kein bisschen, gar nichts. Ich lass dich rein, ja? Dann hat sich der Sub wohl bei dir gelohnt, ja? Ich habe jetzt sehr stark darauf geachtet, dass kein Troller reinkommt. Ich habe ein Auto für dich, was du, glaube ich, magst. Aber wahrscheinlich nicht in der Farbe. Können wir den tunen gehen? Kurz. Können wir den kurz ein bisschen umlackieren gehen? Natürlich, natürlich. Hallo, Christian. Hallo. Machst du die Supra einmal, wie der Herr das möchte, bitte? Farbe weiß, äh, Carbon Heck und Front Ansatz. Warte, 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 so, ne? Ja, ja, genau. Danke dir, Christian. Steht dein R8 wieder? Der TT ist noch nicht ganz fertig. Der R8, der kommt noch. Ist hier One-Shot-Headshot? Äh, ja, ja. Hast du eine Waffe? Ja, ja. Okay, dann brauche ich eine Waffe, bitte. Warte, ich fahre mal hier vorne zum Laden, der hier vorne auf der Karte markiert ist. Willst du eine Pistole oder willst du nur ein Messer haben? Oh, ich nehme beides. Ich würde auch ein Gewehr nehmen, aber ich glaube, da hast du gar nichts, ne? Ja, leider gibt es hier keine langen Waffen. Hm. Es gibt nur verstärkerte Pistolen. Ich kann froh sein, dass hier viele Leute Spaß verstehen und dass du hier sehr beliebt bist. Ist das so? Ja, also, ne, ich bin selber erwachsen und ich könnte dich gucken und könnte mich totlachen, weil ich halt auch als Supporter einfach Spaß verstehe, ja? Geil. Man muss ja nicht immer alles, äh, einspolen. So muss das sein, so ist das richtig. Weil das Leben ist dafür zu kurz, dass wir für alles rumheulen, ja? In der Tat. 20 Minuten später. Äh, wir müssen da hin. Da sind alle, da sind alle, gerade weil da eine Hochzeit ist. Eine Hochzeit? Ja, ich finde es so unangenehm, ja? Es ist richtig cringe. Der RP-Rendner heißt übrigens Hildegard, ja? Hildegard, okay. Ist das wirklich so eine, so eine richtige Hochzeit oder machen die das schnell in 20 Sekunden so durch? Das ist, das ist leider eine richtige Hochzeit. Mit Reden und so? Ja, Cisco. Wo ich flüster? Ich flüster, ich flüster, ich rede ganz leise. Wo? Wo sind die? Wollen wir erst mal teilhaben, oder wie? Ja, ja, erst mal nur reingehen und hinsetzen. Ich will erst mal nur teilhaben. Ach so, ich sehe schon, okay. Ja, ja, die Tische sind reich gedeckt. Komm. Ach du Scheiße. Das ist so eine richtige, so eine richtige Cringe-Boomer-Hochzeit, Junge. Vicky, komm ran hier mal. So ein richtiger Cringe-Grochen. Ja, ist okay, wenn mein Freund mit zur Hochzeit kommt, der würde sich das gerne mal angucken. Der ist neu hier. Oh, Brass, man kommt doch vielleicht noch. Was denkst du, wie viel mussten sie für das bezahlen? Keine Ahnung, gar nichts, das ist geklaut. Ich weiß, aber trotzdem mussten sie was bezahlen, was denkst du? 10 Euro. Oh, 300. Pff, wo ist denn hier der Rest? Wo ist denn hier die Braut und so? Die kommt jetzt gleich sofort. Ist der Bräutigam schon hier? Ja, der hat mich doch gerade... Ach, der Typ, der Bräutigam ist dieser... Mit der schwarzen Kutte. Können Sie vielleicht mal kurz mitkommen, ich hab da eine Frage an Sie. Ja, klar, kein Problem. Oh mein Gott, nein. Wie heißen Sie, guter Mann? Rüdiger. Rüdiger. Hallo, 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 Herr Rüdiger. Wissen Sie eigentlich, wer die Brautjungfer ist? Jasmin. Ah, die Jasmin. Kennen Sie die? Ja. Ist das irgendwie Ihre Schwester oder so? Ja. Ja, der Rüdiger hat sich gerade schlafen gelegt. Der wollte mal pennen gehen. Wow, 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 alles gut, Jungs. Der Rüdiger... Ich habe eine Leiche fallen hören. Wie, Sie haben eine Leiche fallen hören, hä? Ja, doch, doch. Nein, kommen Sie mit. Hier, der liegt hier. Kommen Sie rein. Dürfen wir kurz rein? Oh, scheiße, ey. Er hat mich durch die Tür umgebracht. Oha. Du bist kampfunfähig. Das kann ich dir leider nicht wegnehmen. Ah, 855 Sekunden. Was ist das? 10 Minuten? Aber weißt du, was du machen kannst? Wenn du schlafen gehst und wieder wach wirst, ne? Dann ist es weg. Das lasse ich mir aber keine zweimal sagen. Wir haben eine Leiche fallen gehört. Wir haben eine Leiche fallen gehört. Wir sind zwei Stockwerke unter Ihnen. Wir haben eine Leiche fallen gehört. Durch den Betonboden. Ein paar Sekunden später. Kannst du mich carryen, bitte? Und dann schnell zum Maskenladen bringen? Ach so, ja, ja. Und zum Umziehladen? Dann ziehe ich mich einmal um und ziehe mir eine Maske an. Dann können die nämlich nicht wissen, wer ich bin. Ja, der Udo, der ist gerade draußen. Der ist gerade Alkohol holen. Eine Minute später. Ich habe eine Leiche fallen gehört. Durch den Betonboden. Wir gehen jetzt mal zurück. Du kennst mich nicht, ja? Ich bin Bernd. Guten Tag. Wow. Dann geht es denn hier los? Guten Tag. Geht schon mal rein. Es sollte bald losgehen. Okay, okay. Warte mal eben, warte mal eben, warte mal eben. Setz mal deine Scheißdingen an. Will mal dein Gesicht sehen. Komm noch mal kurz mit, bitte. Können Sie vielleicht Ihre Maske absetzen, wenn die hier sind, ne? Nein, nein. Es geht ums allgemeine Prinzip. Wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass Gäste Masken anhaben oder sonst irgendwas. Der im Weißen ist Hildegard. Jo, moin, Hildegard. Was geht ab? Vieles. Was war hier vorhin los? Oh, das kann ich dir erzählen. Komm mal mit. Muss ja nicht jeder mitbekommen, was hier los war, ne? Da war so ein Typ, der ist da reingerannt. Hat die einfach erstochen. Hildegard. Ja. Komm. Ne, ne. Hildegard, komm jetzt. Na, wo ist hier reden? Hildegard, komm mit jetzt. Hildegard, komm jetzt. Hildegard. Willst du mir gerade Befehle geben oder was? Komm her jetzt, du Schwachmatt. Auf sowas höre ich ja schon mal gar nicht. Geht nicht so respektlos mit mir. Das ist Dieter. Der ist respektlos. Der guck mal. Hey, was? Hildegard. Setz dir mal Ihre Maske ab, ja? Nein. Läuft sie sich einhändig mal annehmen? Nein. Wenn das ich jetzt prügeln will, ne? Ich verprügel ihn. Ich werde ihn verprügeln. Ich werde ihn verprügeln. Komm ruhig mit. Lass es, Dieter. Lass es. Dieter. Ich kann's machen. Was ein kleiner... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ey, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen abhauen. Komm, komm, komm. Schnell weg hier. Weg, weg, weg. Wir müssen abhauen. Abhauen. Oh, nein. Nein. Thomas. Ach, Thomas. Ich muss froh an, dass hier viele Leute Spaß verstehen und dass du hier sehr beliebt bist.